So Leute, heute machen wir mal einen kleinen Lagecheck bei Bitcoin. Wir unterhalten uns über die nächsten Widerstände und Unterstützung, darüber was gerade im Markt vor sich geht. Worauf sollte man jetzt achten, wenn man Bitcoin oder irgendwelche Altcoins zählt? Wann werden wir eine massive Altcoin Season sehen? Und ich bin der Meinung, wir sehen ja jetzt schon ordentliche Gewinne bei Altcoins, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir noch sehen werden. Und nein, ich denke nicht, dass wir das Top bei Bitcoin schon gesehen haben. Diese Chart hier sagt im Übrigen das Gleiche. Wir unterhalten uns über Ethereum, wir unterhalten uns über Altcoins und noch viel mehr. Und damit willkommen zurück, meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. Okay, und jetzt zu Bitcoin. Was wir sehen können ist, dass wir jetzt Probleme mit unserer orangenen Linie hier bei 61.200 Dollar haben. Wir sind jetzt 1, 2, 3, 4 und naja, bei der fünften Kerze müssen wir jetzt mal schauen, ob wir es vielleicht schaffen, hier darüber zu schließen. Wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Wenn wir jetzt mal ein bisschen rauszoomen, dann, also es sieht jetzt nicht fürchterlich aus oder so, aber man kann auf jeden Fall ganz klar sehen, dass wir hier schon wieder an der orangenen Box abgeprallt sind. Aus diesem Grund, also dadurch, dass die orangenen Box weiterhin so ein riesiges Problem für uns ist, ist es jetzt eine gute Idee, wenn man sich mal die nächsten Unterstützungslevel für Bitcoin anschaut. Und eins der Unterstützungslevel haben wir natürlich bei 61.100 Dollar an. Danach haben wir 59.300 und dann noch 57.700 Dollar. Und die große Unterstützung ist selbstverständlich hier unten bei der orangenen Box. Sollten wir jetzt tatsächlich so tief sinken, dann rechne ich damit, dass wir wieder einmal unterstützt werden und dann einen erneuten Versuch starten. Genauso wie hier, hier sind wir nach unten, sind unterstützt worden und haben dann einen erneuten Versuch nach oben gestartet. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns das Ganze einmal langfristig betrachten. Und hier, diese langfristige dicke weiße Linie, das ist die logarithmische Wachstumskurve für Bitcoin. Und das ist eine große Unterstützung, die man sich auf jeden Fall immer anschauen sollte. Dann haben wir noch eine weitere Sache und zwar diesen Kanal hier. Und was man jetzt sehen kann, ist, dass wir hier starken Widerstand haben. Und das ist jetzt auf der Tageschart, also das geht ganz weit zurück bis zum Juni. Man kann jetzt sehen, dass wir hier ein paar Berührungspunkte haben. Und dann haben wir hier ein paar Berührungspunkte. Nur für den Fall, also wenn wir annehmen, dass wir jetzt doch eine größere Korrektur bekommen, dann können wir auf jeden Fall mal erwarten, dass wir hier eine starke Unterstützung haben. Und sollten wir jetzt also nach unten gehen, dann wäre das ungefähr bei 55.000 bis 60.000 Dollar für Bitcoin. Im Grunde genommen sieht das also, selbst wenn wir eine stärkere Korrektur bekommen, gar nicht mal so schlecht aus. Kommt natürlich darauf an, wann wir diese Korrektur bekommen. Und alles in allem rechne ich jetzt immer noch damit, dass wir bei Bitcoin richtig gut weiterlaufen werden. Ich rechne damit, dass wir weiter nach oben steigen. Und sollten wir eine Korrektur sehen, dann wird das halt einfach nur eine kurzfristige Korrektur sein. Meiner Meinung nach. Das Ding ist nämlich auch, dass in jedem Zyklus, und das ist der TechDev-Chart auf dem 2-Wochen-Timeframe. Und in jedem Bullenzyklus, den wir bis jetzt gehabt haben, da haben wir die Spitze für Bitcoin gesehen, wenn der RSI diese rote Linie getroffen hat. Und im Übrigen ist das jetzt hier alles auf der Index-Chart. Das bedeutet, wenn wir das Ganze auf einem anderen Chart anschauen würden, dann wäre diese Spitze auch hier oben gewesen. Ganz allgemein kann man sagen, dass wir zwei Spitzen beim RSI haben. Dann haben wir hier auch diese beiden Tops und hier unten haben wir auch zwei Berührungspunkte. Dann, wenn wir zu 2017 gehen, dann können wir auch sehen, dass die Spitze hier bei 20.000 Dollar gewesen ist, als wir mit dem RSI die rote Linie berührt haben. Und auch bei der letzten Spitze für Bitcoin, die wir jetzt Anfang des Jahres gehabt haben, da haben wir mit dem RSI die rote Linie berührt. Persönlich rechne ich jetzt auch damit, dass wenn wir die nächste Spitze für Bitcoin haben, dass wir dann irgendwo hier in diesem Bereich sind bei 100.000 bis... Also nicht 500.000. Ich sollte das vielleicht mal ein bisschen anpassen. Äh, Sekunde. Also 100.000 bis 150.000 bis 180.000. Das erwarte ich jetzt auf jeden Fall für die nächste Spitze für Bitcoin. Und auf jeden Fall ist es wichtig, dass man dieses RSI-Level dafür im Auge behält. Okay, und jetzt zu Ethereum. Hier haben wir uns ja bereits über meine große These unterhalten, was passieren würde, wenn wir auf der Ethereum-zu-Bitcoin-Chart eben über dieses Level auf der Wochenchart gehen. Und davon mal abgesehen, können wir sehen, dass wir jetzt gerade Unterstützung finden. Und zwar hier bei der orangenen Linie bei 4.451 Dollar. Tatsächlich wird das gerade eine richtig starke Unterstützung für uns. Mal schauen, ob das Ganze halten kann. Ich hoffe, dass das Ganze halten wird. Und deshalb würde ich sagen, behaltet das Ganze auf jeden Fall weiter im Auge. Okay, und jetzt zu Cardano. Hier auf der Tageschart haben wir jetzt immer noch dieses riesige Falling-Wedge. Und Cardano bereitet sich definitiv auf eine riesige Bewegung vor. Und Leute, falls ihr jetzt auch traden möchtet, dann könnt ihr jetzt ein paar nette Boni bekommen. Und zwar bis zu 1200 Dollar gratis auf Femex. Je nachdem, wie hoch eure erste Einzahlung ist. Und dann gibt es auch nochmal bis zu 2040 Dollar auf C-Trade. Auch je nachdem, wie hoch eure erste Einzahlung ist. Also Leute, falls ihr traden wollt, schaut euch das Ganze mal an. Okay, und jetzt herzlichen Glückwunsch an jeden, der Rainycon gehalten hat. Rainycon ist gestern auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Und viele Leute haben mich jetzt gefragt, worüber sie nachdenken sollten, wenn es um Altcoins geht. Und eine Sache, über die man definitiv nachdenken kann. Also, wenn man seine Altcoin-Wetten platzieren möchte. Also, ich habe euch mal einen Thread mitgebracht von MilesJCreative. In diesem Thread spricht ihr jetzt darüber, welche Altcoins richtig gut gelaufen sind, als Bitcoin gerade seine Spitze erreicht hatte. Also, mitten im Zyklus hier, als Bitcoin bei rund 64.000 Dollar gewesen ist. Welche Altcoins sind da richtig, richtig gut gelaufen? Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, können wir das gleiche erwarten, sobald Bitcoin noch einmal auspiekt? Und sollte das dann zu der Fall sein, naja, dann sind das die Altcoins, auf die man auf jeden Fall achten sollte. Okay, kommen wir zum ersten Coin. Und zwar ist das Ethereum. Und lasst mich das mal ein bisschen größer machen. Also, Ethereum ist jetzt um 188% gestiegen, als Bitcoin ausgetoppt ist. Also, Bitcoin ist jetzt irgendwo hier im März ausgetoppt und Ethereum ist dann noch einmal 188% gestiegen. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall schon mal richtig gut. Aber es gibt tatsächlich noch Coins, die noch viel größere Gewinne gehabt haben, wie zum Beispiel Solana. Solana ist 350% gestiegen, nachdem Bitcoin ausgetoppt ist. Also, eventuell könnte man sich Solana noch einmal anschauen. Ein anderer war Filecoin. Filecoin ist 466% gestiegen. Und ich meine, hier handelt es sich jetzt um die Top 100 Coins. Das wird jetzt also nicht berücksichtigen, was wir hier für verrückte Gewinne bei irgendwelchen Meme-Coins gehabt haben, die 1000% am Tag gestiegen sind. Aber Filecoin, 466%. Ein weiterer war es Quantum. Quantum ist jetzt um 620% gestiegen. Also, auch richtig starke Gewinne. Dogecoin, 100 und... Äh... 1220%, nachdem Bitcoin ausgetoppt ist. Aber es geht jetzt tatsächlich noch besser. Und zwar Tailcoin, ganze 1900%. Zusammengefasst kann man sagen, dass einem diese kurze Liste hier ein paar Möglichkeiten gibt, wie man jetzt die letzte Phase der Altcoin Season spielen kann. Je nachdem, was man für Ziele hat und natürlich, was für eine Risikotoleranz. Zumindest sind das jetzt die Coins, die Miles J. Creative hier rausgesucht hat. Und klar, dabei handelt es sich definitiv nicht um Kaufempfehlungen. Und nur weil das vorher mal passiert ist, bedeutet nicht, dass das auch wieder so passieren wird. Ich dachte mir jetzt lediglich, dass das eine relativ interessante Information ist. Und dass das vielleicht dabei helfen kann, dass man eine Art Muster sieht, was passiert, wenn Bitcoin austoppt. Und dass man dann entsprechend natürlich seine Altcoins positionieren kann. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, das Ganze war hilfreich. Und falls ihr mir helfen wollt, dann schreibt mir doch einfach mal unten in die Kommentare, was denkt ihr denn, welche Altcoins werden richtig heiß laufen, wenn Bitcoin erst einmal austoppt? Schreibt mir die Antwort, wie gesagt, unten in die Kommentare. Und wenn ihr dann eure Beine Smart Chain Adresse hinzufügt, dann nehmt ihr auch automatisch an unserem wöchentlichen 125 Dollar in UST Tether Gewinnspiel teil. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, teilt das Video mit euren Freunden und wir sehen uns dann im nächsten Video.